Hier ist euer Kilo 8.1 Stephen Malley in einem Rundgang durch das Volkfest von Bad Pötzing 2017. Viel Spaß! Hier haben wir das Märchenland von Zerrega. Jetzt machen wir erstmal die linke Seite, wenn wir nämlich dann wieder rauf gehen, hier auf der linken Seite ein Skistand. Gefolgt von süßen Spezialitäten. Und den Bayern-Brieker Nummer 1. Da machen wir einen kleinen Schwenker. Vorbei bei Wein und Prosecco und Osterseisdiele. Hier wieder rauf. Vorbei beim Glücksbazar. Hier im Losstand. Vorbei bei Giros Pita Restaurant Delphi Giros Pita. Und einen Laden, wo man verschiedene Sachen kaufen kann. Die Gürtel, Taschen und so weiter und so fort. Hier die Super Gaudi, die gleich ins Blickfeld geht. Aber erst gehen wir vorbei bei der Käse vom Leibhütze. Dann halten wir uns auch noch mal links. Hier links rein, vorbei beim Pfeilwerfen. Und den Schützendriff. Gefolgt von den Asiaksektualitäten. Das Almkarussell. Die mobile Almhütte. Hier kommen wir dann noch mal vorbei. Dann haben wir wieder einen kleinen Schwenker. Dann haben wir hier die Kindertraumpitze. dann haben wir wieder einen kleinen Schwenker. Und die ersten Becher, Schlagereis, Zylizeiten und vieles mehr. Dann hier ein kleines Kinderkaroschen, der Spezialitäts-Express gefolgt von der kleine Eispalast gegenüberliegen und dem Losstand Hongkong haben wir hier für unsere kleinen Gäste das schönes den Kinderflug und von da hinten kamen wir gerade nochmal der Losstand dann gehen wir jetzt hier vorbei vorbei beim Büchsen werfen dreimal Spezialitäten und der Schneckwaren dann haben wir hier das Zelt mit dem Dimpelbräufut im Wald mit Überdachung und so sieht innen aus wir spielen jetzt dann die Bayernwaldsterne und wenn wir rausgehen fällt uns noch die Fischbraterei ins Auge von Hans Benkenstein und der Losstand Fortuna und von da hinten kamen wir gerade dann haben wir hier noch die Weißbierhütten mit Biergarten da ist innen fast nichts los mit dem schönen Wetter sind alle draußen dann gehen wir den Gang hier wieder runter vorbei beim Autoscooter Motor Sound Factory Show wieder hier rein in den Hauptplatz zum Happy Monster zum Skistand vom Führerstein vom Führerstein nochmal hier der Kinderflug und der Hongkong nochmal hier der Kinderflug und der Hongkong dann haben wir hier in der Hartz-Operationen dann haben wir hier überlegen davon noch den Imbiss von der Wasserwoche einfach mal das Kinderkarosse von der anderen Seite super Gaudi super Gaudi nochmal und dann hier zum Schluss noch das Ponyreiten das war dann der Rundgang durch das Volkfeld von Bad Kötzing 2017 weitere Videos findet ihr auf meinem YouTube-Kanal unter akkido881 auf YouTube und weitere Infos zu Volksfesten findet ihr auf meiner Facebook-Seite auf akkido881 auf Facebook ansonsten bis zum nächsten Mal euer akkido881 solid coin haut hoch Vielen Dank.